So Leute, ich weiß, dass sehr viele von euch schon warten auf mein Video, aber Leute, ich habe vorhin das Problem, ich habe das jetzt vorhin mit dem Laptop hochgeladen. Und das Ding ist, wenn ich das hochladen will, erstens löscht es mir weg, danke für nichts, aber das richtige Problem jetzt ist, was ich habe jetzt beim wirklich Editen, ist einfach der Fakt, dass es jetzt geeditet ist, weil es ist hier, es ist fertig, komplett geeditet. Ich habe euch mein, wir haben gemeinsam, also ich habe mit euch Mario Kart gezockt und das Problem ist gerade, erstens wird YouTube nicht, wird jetzt YouTube sehr langsam geladen, was jetzt mittlerweile geht, aber das wirkliche Problem ist, wenn ich es hochladen will, crasht er jedes Mal und ich kann es nicht hochladen. Falls jemand mir irgendwie weiß zu helfen und mir erklären kann, warum das immer, sobald ein Video hochgeladen wird am Laptop, immer wieder abbricht, dann bitte sagt mir das und schreibt es gerne in die Kommentare, damit ich es umländen kann, weil ich brauche dringend Videos für 24 Tage. Und ja, wir haben schon den Kalender aufgemacht heute, Leute, irgendeine Süßigkeit wird drin, das könnt ihr im anderen Video dann sehen, wo ich es geschafft habe hochzuladen, das war nur eine kurze Information, bitte, bitte, bitte seid nicht böse. Aber ich habe gar keine Chance, denn hier sollte das Video, da, jetzt bei meinen anderen Videos, seit 5 Minuten, wirklich 5 Minuten online sein, weil ich habe ja meinen ersten Weihnachtsvlog hochgeladen und es geht nicht. Help, guys! Falls ihr irgendwie wisst, wie ich das machen kann, dann kommt das Video morgen online und sonst, ja, also wenn es heute, es geht jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr online, aber wenn ihr wisst, wie, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann probiere ich das Video heute noch online zu schalten, ansonsten morgen, Freunde, es tut mir mega, mega krank leid, aber es kommt trotzdem ein kurzes Video, so wie das jetzt, nur damit ihr wisst, um was es wirklich geht. Eigentlich habe ich euch ganz kurz nur die Nintendo Switch mit dem versus den Nintendo 3DS gezeigt, aber Leute, bitte versteht das, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eigentlich Nacht, aber bitte, es tut mir mega, mega krank leid, aber wir sehen uns morgen mit dem Video und ich probiere mein Bestes, Leute.